Malzeit ihr Schlawiner, Knochen wieder hier. Heute fahre ich den KV1S, russischen mittelschweren Panzer, schweren Panzer, entschuldigung, schweren Panzer, 7,6 cm CIS, 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 geschützt, CIS, ja, das ist ein bisschen CIS, obwohl man schreibt, CIS, sehr robust, ein bisschen Abfahrt heute wieder, keine Ahnung, wie wir so Tapo, mein Team meistens verliert, Achso, wir fahren maximal 43 kmh, schnell, falls man überhaupt so weit kommt, ich werde hier ein bisschen weiter hinten bleiben, denn ich habe schon gehabt, dass mich ein mittelschwerer Panzer, der durch die schwerste Panzerung, also die schwerste Stelle, die am schwersten gepanzert ist, trifft er mich, zack, einmal One-Hit, wo ich auch dachte, hm, das ist schon irgendwie befremdlich, aber es ist passiert, also auch dieses Fahrzeug nicht unzerstörbar, so wir sind natürlich erstmal alle, wir sind jetzt erstmal alle, ich werde versuchen, irgendwo hin zu bluten, wo ich eben nicht so schnell zerballert werden kann, hier ist schon eine Abenddämmerung, auch sehr schön eigentlich, So, ich will jetzt eigentlich nirgendwo sein, wo viele auf einem Haufen sind, aber irgendwie in der Nähe von anderen, denn ich will nicht irgendwie das Ziel von Bomberangriffen sein, Ich werde vorsichtig nicht mal hier oben, oh, gell, da sehe ich schon, da ist der erste hinüber, und ich sehe auch von wo, gut, da ist schon ein Kollege auf A, ich muss auch wirklich aufpassen, wie ich mich jetzt hier positioniere, denn, ich kann, äh, wirklich nicht schnell zurücksetzen, Oh, der wird jetzt voll zerhämmert Ja, schnell genug weggefahren Ist auch blöd, weil, natürlich ist jetzt die Farbe der Bäume mit seiner, ähm, mit der Farbe des Gegners, Er wird vermischt da, mit seiner Spielernamen, Farbe, dann wird es jetzt ein bisschen knüppliger, Okay, da kommt ein Bomber, ich hoffe, der wird abgefangen, Achilles, oh, der wird weggefahren, Mal hin, Crit, aber auch auf mich wird geschossen, Wieder nur ein Treffer, ich hoffe, er schießt nicht, ich hoffe, er schießt nicht zurück, Okay, ich versuchte zu verschwinden, Nehmen wir jetzt mal das andere Ziel hier vor, Gar nicht so einfach, Gar nicht so einfach, oh, Ich werde beschossen, das ist ein Panzerjäger, scheiße, Interessiert sich aber gerade nicht für mich, ich kann hier nicht bleiben, Ich habe aber noch nicht Glück, dass ich, äh, vorne doch gut gepanzert bin, Deswegen verwundert es mich so, wie konnte der mich vorhin da mit seinem leichten, äh, mittelschweren Panzer Einfach, wirklich vorne, einfach mit One-Hit kaputt schießen, Das macht mich immer noch fertig, Das sind die verdammte Bomben, So, Cromwell, Auf ein Crit, ich habe viele Crits, Mit der Munition, mit der anderen penetriere ich aber zu wenig, Das ist ja blöd, Ziel unbeschädigt, Ja, ist mir aufgefallen, Ohneinheit zerstört, Mein erster Kill, immerhin, Ich bin schon wieder Bomber, Irgendwann nervt, Nicht genug, Mann, Nicht genug, Okay, er versteckt sich, Ich könnte jetzt mal selber in die Luft, Aber irgendwann hat den weggeballert, Ich gehe natürlich jetzt nicht in die Luft, Das ist mir einfach zu heikel, Ich muss aber irgendwie zusehen, Dass ich nach vorne komme, Die müssen auf jeden Fall die Bombe abfangen, Er ist leider weg, Der ist zu schnell, Der ist zu schnell unterwegs, Ich glaube, so einen Lucky Shot kriege ich nicht hin, Ne, Was macht er da, Was macht er da, Wahnsinn, Ich dachte auch, Ich penetriere, Aber ich habe offensichtlich nicht penetriert, Das ist die Kfz, Das war jetzt so ein Ding, Ich habe nicht damit gerechnet, Dass er stehen bleibt, Ganz im Ernst, Ich habe nicht damit gerechnet, Dass er stehen bleibt, Er schießt trotzdem weiter, Trotz Critter, Das ist schon interessant, Wundernheit zerstört, Hat aber auch ziemlich gedauert hier, Muss reparieren, Aber schnellstens, Tschüss, Kann sein, Auch nicht in die Luft, Demfalls nicht so, Wenn ich hier so stehe, Bloß ich kann ja nicht mal wen anvisieren, Es wird echt gefährlich hier, Oh ja, Oh ja, Oh ja, Reparier doch bitte schnell, Ha, Komm, Das ist so ein typischer Camperpanzer, Man kann nämlich nicht großartig hier mit dem vorfahren, Oder überhaupt nichts bringen, Der ist noch zu weit unten, 434, Auch irgendwo hinterm Hügel, Okay, Ich versuch's mal, Ich versuch jetzt mal, Ich hoffe, Hier kommt ein Bomber rein, Also ein Schlaggutzer, Die Bomben, SB2C, Oder irgendwie sowas, No red zone, Kein, Fangen wir ihn ab, Abfangen, Brennshow, Das sieht aber billig aus, Wahrscheinlich wird's nix, Wobei man weiß ja nicht, Ortschützen treffen hier auch den Scheiß, Ne, Tatsächlich nix, Recht nicht getroffen, Ich weiß, Was ihr euch jetzt denkt, Und du schießt ja feinah nicht, Ich schieß nicht, Weil ich ja weiß, Wie lange ich nachladen muss, Ich guck auch mal vor, Seh aber niemanden, Und ich muss mich verpissen, Wir wollen wohl nicht von der Bomben, Die waren Kilometer von mir entfernt, Aber, Scheiße, Das steht direkt vor mir, Das gibt's doch nicht, Dann sperrten wir das Ziel, Und man sieht ja, Wie alle hier, Aufgeraucht werden, Ich muss auf jeden Fall runter, Denn, Ich will nicht, Dass sie mich durch die Platte treffen, Oben, Oder meine Kopfflatte hier, Luke, Wie auch immer, Ich komm hier hoch, Aber eigentlich ist es ziemlich blöd, Genau, Dachte ich mir nämlich so, Jetzt hochzufahren hier, Scheiße, Mann, Echt jetzt? Das ist sehr interessant, Ich muss jetzt mal irgendwie weg hier, Wenn ich Pech habe, Oh mein Gott, Ich will eigentlich nicht in die Arte fahren, Ich muss ja irgendwie wegkommen, So knüppelig, Eigentlich muss ich um diesen bekackten Hügel rumfahren, Nee, Beziehungsweise hier hoch, Das blöde ist immer, Wenn man irgendwo hochfährt, Gibt man sich natürlich erstmal preis, Das heißt, Man kann viel leichter abgeschossen werden, Wenn die unten in die Wanne treffen, Oder dergleichen, Wo stehen die? Oh, Bombe, Was drück ich denn? Ah, wieder verdrückt, Scheiß, 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 Abschleppkabel, Sie sind exakt hier vorne alle, Das muss ja eine Armada von Leuten sein, Nein, Oh, Dreh dich, Das war nicht so clever, Nein, war es nicht, Ich weiß, Ich weiß, Dass er jetzt weg will, Wahrscheinlich hier, Beziehungsweise, Sowieso schon aufgeraucht ist, Oh, Shit, 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 Der soll ruhig vorkommen, Kommt vor, Mann, Wie hat er mich jetzt gekillt, Das würde mich einfach, Hat er geschossen, Ich habe nicht gesehen, Dass er geschossen hat, Naja, Science Fiction Thunder, Das ist ja Arcade, Da passieren sowieso die merkwürdigsten Dinge, Die merkwürdigsten Dinge hier, Das ist echt komisch, Finde ich, Ey, Ich finde das echt komisch, Da passieren so viele Sachen, Die man einfach nicht, Nicht erklären kann, Und das einzige, Was man dann liest, Ist halt Arcade, Da passieren halt Sachen, Die man hier erklären kann, Das ist halt viel, Bullshit mit bei, Aber man muss irgendwie damit leben, Also sage ich mir, Gut, Da muss man wohl damit leben, Würde mich jetzt auch nicht gerade aufregen, Ich meine, Das ist ein ganz verkehrtes Spiel, Also, Jedes Mal, Kurz bevor die Runde zu Ende ist, Kann ich hier rein, Ey, So muss das sein, Das war's, Das war's gewesen, Danke fürs Zuschauen, Das ist ein Abo, Wenn ihr mögt, Ja, Wir sind beim nächsten Mal, Viel Spaß beim Zocken, Ciao, 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 Ciao,